Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythen Mittwoch. In dieser Folge möchte ich mich dem UN-Migrationspakt widmen. Über dieses Abkommen auf UN-Ebene werden im Moment viele Lügen verbreitet, denen ich in diesem Video auf den Grund gehen will. Insbesondere rechte Parteien verbreiten im Moment ganz gezielt Unwahrheiten, um Stimmung zu machen und Ängste zu schüren. Sie wollen ihr Lieblingsthema Migration nicht verlieren und denken sich deswegen die aberwitzigsten Mythen über dieses Abkommen aus. Eine Seite, die Panik macht, ist zum Beispiel diese hier, migrationspakt-stoppen.info. Da heißt es zum Beispiel, sie wollen den Pakt zur grenzenlosen Migration, wir wollen das nicht. Wer es sie, wo in dem Abkommen allerdings grenzenlose Migration gefordert wird, bleibt auch natürlich im Unklar. Und Spoiler-Alarm, nirgends. Peter Ramsauer von der CSU zum Beispiel lässt sich in der Welt mit der Behauptung zitieren, das öffnet dem Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Deutschland Tür und Tor. Auch die im Spendensumpf versinkende AfD hat das Thema für sich entdeckt und hat eine eigene Internetseite. Hier heißt es zum Beispiel, 5 vor 12 Migrationspakt stoppen und wir entscheiden selbst, wen wir reinlassen. Auch bei Google trendet der Begriff Migrationspakt schon eine ganze Weile und bei Loot für die Welt habt ihr mich auch gefragt, ob ich was zu diesem Abkommen sagen kann. Also finde ich, es ist höchste Zeit, mal genauer in das Abkommen zu schauen und mit Mythen und Lügen rund um dieses Thema aufzuräumen. Nehmt euch etwas Zeit und einen Kaffee, es kann etwas länger dauern, es lohnt sich aber, versprochen. Worum geht's? Das ist zunächst erstmal schnell erklärt. Der globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen oder wurde einfach von irgendwelchen Gutmenschen erdacht. Tatsächlich basiert er auf der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten der Vereinten Nationen aus 2016. Seit 2016 fanden verschiedene thematische Sitzungen auf Ebene der UN statt, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Der jetzt vorliegende Entwurf, den ich euch im Übrigen auch in der Infobox verlinken werde, soll final am 10. Dezember in Marrakesch verabschiedet werden. Ein wichtiges Ziel des Abkommens ist, den grenzüberschreitenden Dialog zu diesem wichtigen Thema zu fördern. Und dabei wird auch die gemeinsame Verantwortung der Unterzeichner betont. Kein Land der Welt kann die mit der Migration verbundenen Herausforderungen und Chancen alleine bewältigen. In Zukunft sollen sich die Mitgliedstaaten, die unterzeichnet haben, also gegenseitig über den Stand der Umsetzung dieses Abkommens zum Beispiel informieren. Für 2022 ist deswegen beispielsweise das Überprüfungsforum Internationale Migration geplant. Das Abkommen enthält 23 gemeinsame Ziele für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Darunter sind zum Beispiel die Ziele, bessere Datengrundlagen über Migration zu schaffen, Schleuser zu bekämpfen, Grenzen besser zu managen und Menschenhandel ein Ende zu setzen und am Ende tatsächlich mehr Zusammenarbeit anzustreben und dafür zu sorgen, dass Menschenleben gerettet werden. Das sind doch alles gute Ideen, oder? Ich finde, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, diese Ziele international umzusetzen, wenn man der Überzeugung ist, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Aber warum jetzt die ganze Aufregung? Weil sich das Abkommen wunderbar skandalisieren lässt. Unter anderem die USA, Österreich, Ungarn und Polen haben sich öffentlichkeitswirksam vom Abkommen verabschiedet. Fällt euch was auf? In all diesen Ländern regieren Populisten und Nationalisten und die wollen dieses Thema weiter am Köcheln halten und skandalisieren. Genug der Vorrede, schauen wir uns die am weitesten verbreitenden Mythen rund um diesen Pakt einmal an. Der erste Mythos. Greift der EU-UN-Migrationspakt in die nationale Souveränität eines Landes ein? Und in diesem Zusammenhang auch die Frage, ist der Pakt verbindlich? Kurze Antwort, nein. Längere Antwort, es handelt sich um ein rechtlich nicht verbindliches Abkommen. Die Autorität des Paktes beruht demnach auf einem Konsenscharakter, dass sie alle Staaten einig sind, dass man etwas tun muss. Das steht auch übrigens ganz explizit im Text und wie ihr neben mir zum Beispiel sehen könnt. Kein Staat kann also einen anderen Staat zwingen, Maßnahmen zur Umsetzung dieses Paktes zu ergreifen. Die Staaten können weiterhin selbst ihre nationale Migrationspolitik bestimmen. Sie können also selber entscheiden, welche gesetzgeberischen und politischen Maßnahmen sie einleiten wollen und welche nicht. Es wird im Pakt außerdem darauf hingewiesen, dass die Staaten selbst die Bestimmung für Einreise, Aufenthalt und Arbeit festlegen. Von der Vernichtung der Nationalstaaten kann in diesem Zusammenhang also absolut nicht gesprochen werden. Das tut aber zum Beispiel Jörg Meuthen von der AfD und das ist, Überraschung, purer Unsinn. Die nächste Frage, werden durch den UN-Migrationspakt noch mehr Menschen nach Deutschland gelockt? Zur Klarstellung, in dem Abkommen wird deutlich zwischen regulärer und irregulärer Migration unterschieden, also zwischen illegaler und legaler Migration. In dem Abkommen geht es um legale Migration, die in Deutschland zum Beispiel durch das neue Einwanderungsgesetz neu geregelt werden soll. Tatsächlich soll die Verfügbarkeit und Flexibilität der Wege für eine reguläre Migration verbessert werden. In erster Linie geht es hier um die Arbeitskräftemobilität, welche auf die Bedürfnisse des eigenen nationalen Marktes abgestimmt werden soll. Man kann also sagen, die Mitgliedstaaten haben sogar mehr Spielraum. Auf der anderen Seite sollen aber Faktoren entgegengewirkt werden, die Menschen dazu bewegen, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Meistens übrigens unser Einsatz ihres Lebens. Durch wirtschaftliche und politische Maßnahmen der Unterzeichnerstaaten soll es diesen Menschen ermöglicht werden, in ihren eigenen Ländern in Sicherheit und Würde zu leben. So nennen wir an dieser Stelle zum Beispiel eine Maßnahme im Bereich der Armutsbeseitigung oder bessere Gesundheitsversorgung oder bessere Bildung in Ländern, aus denen Menschen flüchten wollen. Demnach haben also sowohl die Industriestaaten als auch die weniger entwickelten Staaten ein großes Interesse an der Umsetzung dieses Abkommens. Und das macht auch so deutlich, warum es wichtig ist, dass viele Menschen dabei sind, weil wir diese Probleme nur global lösen können. Greift der UN-Migrationspakt in die Pressefreiheit ein? Toll ist auch die Behauptung, dass Journalistinnen und Journalisten gezwungen werden sollen, nur noch positiv über Migration zu sprechen. An dieser Stelle ganz klar, Nein, das ist nicht der Fall. Davon steht nichts im Text. Was im Text steht zur Frage der Medien, seht ihr neben mir. Bürgerinnen und Bürger sollen objektiv, faktengestützt und klare Informationen über die Vorteile und die Herausforderungen der Migration enthalten, also objektiv informiert werden. Die Achtung der Pressefreiheit ist dabei ein zentral wichtiger Aspekt. Und es soll gerade die Vermeidung von Fake News betroffen werden durch die Aufklärung von Medienschaffenden hinsichtlich der Migrationsfragen und auch hinsichtlich der Begriffen. Also angestrebt ist, dass Journalisten mehr Informationen bekommen. Zweitens ist die Frage, wird mögliche Kritik an dem Pakt zukünftig als rassistisch ausgelegt? Auch das hört man immer wieder. Davon steht nirgends etwas im Text. Und es steht natürlich nicht drin, dass Kritik an dem Pakt verboten ist. Und welcher freier Journalist würde sich das auch verbieten lassen? Es ist die Rede davon, dass Medien keine öffentliche Finanzierung mehr erhalten sollen, wenn sie systematisch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten und ihren Familien verbreiten. Auch das seht ihr neben mir im Text. Im Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik ist natürlich aber bereits festgehalten, dass niemand aufgrund seiner Rasse, Herkunft oder Sprache benachteiligt werden darf. Und insofern ist es eine Selbstverständlichkeit, die da wiederholt wird. Allerdings ist es bezeichnend, dass die Rechten, wie zum Beispiel die AfD, gerade das skandalisieren. Wurde der UN-Migrationspakt am Deutschen Bundestag vorbeiverhandelt? Nein. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten die Möglichkeit, sich an den sechs hier zu stattfindenden thematischen Sitzungen zu beteiligen und haben das auch. Und damit auch die Mitglieder des Bundestages. Tatsächlich war keine förmliche Befassung des Deutschen Bundestages mit dem Thema vorgesehen, da weder nationale Hoheitsrechte durch den Pakt eingeschränkt werden, noch rechtliche Verpflichtungen verbunden sind. Im Rahmen einer kleinen Anfrage, zum Beispiel durch die AfD, und einer Aktuellen Stunde hat sich der Bundestag auch im April mit dem Thema bereits beschäftigt. Im Plenum stand nun im November erneut eine Debatte zum Migrationspakt statt. Das Ergebnis, eine breite Mehrheit, sprach sich für die Unterstützung des Paktes aus, nur die AfD nicht. Also auch hier sieht man, der Bundestag wurde klar beteiligt. Eine weitere beliebte Aussage ist, der Migrationspakt wird in der deutschen Berichterstattung totgeschwiegen und damit wird den Journalisten vorgeworfen, nicht das zu berichten, was die AfD gerne hätte. Durchaus wurde bei diesem Thema bis vor kurzem relativ wenig in den Medien berichtet. Ich meine, es wurde dadurch die Chance verpasst, offensiv die Inhalte des UN-Migrationspaktes zu vermitteln. Stattdessen haben Populisten dieses Thema aufgegriffen und ihr Framing gesetzt und damit die negative Berichterstattung klar vorgegeben. Und sie sorgten durch Manipulation und durch falsche Berichterstattung für eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Von einer gezielten Nicht-Information durch die Bundesregierung oder durch die Medien zu sprechen, ist allerdings pure Verschwörungstheorie. Zuletzt, wie sieht die Situation im Moment in Deutschland aus? Die Bundesregierung stellt sich deutlich hinter den Migrationspakt. Trotzdem kam es in den letzten Tagen von Seiten der CDU und CSU immer wieder zu Kritik am Pakt. So forderte beispielsweise der Gesundheitsminister Jens Spahn eine Abstimmung hierüber auf dem CDU-Bundesparteitag. Dazu muss man wissen, Herr Spahn befindet sich gerade im Wahlkampf und versucht, ganz konservativ aufzutreten. Ich finde, es ist schade, dass wieder einmal vermehrt Personen aus Reihen der Konservativen sich an dieser populistischen Hysterie beteiligen und versuchen, Menschen aus dem rechten Spektrum an sich zu binden, anstatt klare Kante zu zeigen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl und unsere Justizministerin Kata Barley hingegen hat sich deutlich zum Pakt positioniert und hat das auch auf Twitter geschrieben und hat klargemacht, dass sie ihn unterstützt. Auch ich kann mich dieser Position nur anschließen. Das habe ich auch auf Twitter gemacht, weil ich glaube, dass dieser Pakt eins tut. Er zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam zu Fragen der Migration zusammenarbeiten und dass kein Staat diesen Fragen wirklich alleine beantworten kann. Und nur diesen Geist trägt das Abkommen. Nochmal, er ist rechtlich nicht verbindlich, hat aber natürlich den Anspruch, dass die Mitgliedstaaten versuchen, die Ziele umzusetzen. Aber es gibt keine Strafen, wenn das nicht passiert. Insofern, das war es vom Mythen Mittwoch. Es ist ein bisschen länger geworden, wie ich es euch angedroht habe. Aber ich hoffe, dass es euch einige Fragen rund um den Migrationspakt doch beantwortet hat. Wenn weitere Fragen sind, haut sie einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, übrigens einen Daumen da lassen, wäre super gut. Bis zum nächsten Mal. Macht gut, hau rein, ciao.